Was Bürger E ist in der Nähe? Was ist Bürger E? Er muss eliminiert werden. Keine Ahnung wer Bürger E ist, aber er stirbt jetzt. Hui! Was bist du? Wo bist du? Warum? Abstergo glaubt, wenn sie Entertainment hinten an ihren Namen hängt. Ich hoffe, sie irren sich, also habe ich die Wahrheit wieder reingehackt, aber du musst sie dir verdienen. Bürger E kann überall sein, wenn du einen siehst, verfolge ihn. Die Wahrheit kommt dann in einer weiten Szene. Wenn ich Zeit habe, hinterlasse ich dir vielleicht weitere Hinweise. Such danach. Aha, das geht so schnell. Eruditor. Ja. Irgendwie eine Benachrichtigung. Von irgendjemandem. Wir müssen irgendwelche Bürger E ist töten. Warum kommt denn das jetzt wieder? Was ist das für eine Scheiße? Oder denn angeführt? Wie vereinbart. Wenn du dein Wort hältst. Keine Ahnung, Senior. Mein Lehrer war... Ich weiß nur zu gut, wer dein Lehrer war, Baptist. Warum kommt denn jetzt? Ich bin nicht, wem deine Loyalität gehört. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das rate ich dir auch. Das ist wahrscheinlich, weil wir jetzt den Bürger eh kalt gemacht haben. Da kommt jetzt nochmal die gleiche Sequenz. Steht bereit. Es ist nun Zeit für unser Ritual. Ja, das kennen wir schon. Ich hatte es ja jetzt gerade eben gemacht. Ich wusste bloß nicht, dass ich das nochmal neu machen muss. Oder? Nee. Bürger E, volle Synchronisation. Hä? Okay, also ich schneide hier fast gar nichts mehr. Ich mache es jetzt an booked lugar.